ja momo leute euer santa zero hier und herzlich willkommen zu einem neuen kalender opening heute am 22 dezember wir öffnen heute quasi das türchen das ziemlich wichtig sein wird für die heutigen tage zumindest was danach passiert und zwar heute um 18 uhr ist ein sendeschluss der santa zero weihnachtsbriefe wer bis dahin nichts geschrieben hat ja dem kann ich leider auch nicht mehr helfen und dann bin ich heute um 18 uhr wenn ich heute den richtigen bestimmen das video kommt dann am morgens 23 ist der freitag samstag 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 kommt das video wer sein spiel bekommt und seid gespannt drauf ich hab da einen favoriten freund ich hab da einen favoriten so aber nichts des trotz gehen wir erstmal richtung gestern gestern hat sich der key hier befunden da sehen auch alle die neu sind wo in etwa die keys immer versteckt sind oder wie sie versteckt sein könnten da sehen wir es mit der grund der tipp war irgendwas von wegen es liegt im schatten und wie ihr seht es liegt im schatten ich hab nicht gelogen so aber es geht ja nicht um gestern es geht um heute denn heute öffnen wir türchen nummer 20 22 und da kommt schon der kalender an für uns fröhlicherweise und wir öffnen auch direkt ins den 22 das 22 türchen das ist korrektes deutsch und darin befindet sich wie immer zwei drittel des codes und der letzte dritte findet ihr in einem video das heute im laufe des tages erscheint und wenn ihr es gefunden habt bastelt ihr es einfach zusammen anstatt die fragezeichen packt ihr einfach das hin was ihr im video gefunden habt geht auf steam und dann fügt ihr einfach ein steam kick hinzu und schon habt ihr ein spiel gratis aufs haus ich wünsche euch viel spaß beim suchen und selbstverständlich gibt es heute noch ein bro tipp von mir ein bro lässt die klo brille für seinen bros hochgeklappt minus 1 wir sehen uns morgen zum 23 wieder das ist das letzte türen das wir öffnen und das richtig ne letzte türen morgen ist das letzte türen das wir öffnen und freitag ist quasi geschenk freigabe wir sehen uns haut rein euer zero tschüss öffnen wir sehen uns haut rein